Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der sechten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 wo wir jetzt die gute Miss Adler treffen. Die mag ich übrigens ganz doll. Ich finde die toll, ich finde die super. Das ist eine taffe Frau, also die hat echt äh, die hat Charakter. Und da werden wir jetzt ausbrücken, äh, wie wir denn unseren John wiederbekommen. Geht so, ne? Icarus und Freunde. Ich schreib das schon mal auf. Ich glaube, sie wissen, dass wir jetzt nicht in der Stadt sind. Wer, Mr. Milden? Ja, sie haben schon seitdem die Leute ausgespringen. Na ja, zumindest du bist. Ja, genau. Ja. Was passiert in, ähm... Uwama? Ja. Nichts toll. Was passiert mit Dutch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was begann passiert in Blackwater, begann passiert... ... Jahre lang. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was passiert? Ich habe angefangen, die Leute so gut ich konnte, nachdem die Leute ausgespringen. Und, John... ... du kennst das Teil. Ich weiß. Und Jose? Ich weiß nicht. Das auch. Wir haben auch Lenny's Körper. Und wir haben sie zusammen geboren. Das ist gut. Ihn dürft euch gerne unterhalten, ne? Ich muss eh nicht quatschen. Ahem, ahem. What? What? Swanson. Well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left to the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah. Seems they've drifted down this way now. You're a busy woman, Sainty Adler. Oh, she a beauty, ain't she? Here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh, well, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Ah, well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why a delicate flower like Mrs. Adler? Ha, ha, heavens above. Or below. Ha. Where'd you find this guy? I told her you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Pull on that rope. And hope for the best. Ah! You boys have fun. Really? How did you get out of this? Okay. Here goes nothing. What? The Höhemmesser zeigt a little bit of an, the gelbe, what? Right. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I expect some good wind, once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Mhm. Okay. Das ist geil. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levee the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. Okay. Das ist geil. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Are we going, sir? We need to get up above the clouds. Yeah. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. All right, then. Let's go through these clouds. Okay. Now we're in the clouds, and now we're going through. Wow. What the fuck? You're on the top with the best windstorm. Stay on the top, Mark. It feels like we have a nice western wind. So keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Are you sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. Okay, this is really cool. This is really cool. You were very keen to learn the roads. We have plenty of those. She did, did she? I'm very impressed. Arthur and Arturo. How perfect is this? Hmm. My mother was a keen student of the Italian eight. My brother is called Baldassario, so you could say I got off lightning. Look, I'm trying to concentrate here. Look at the train. Full gold. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right. Thank you. Recalling the Ablussions discussion. Well, just say a word. That's a prison. Oh, shit. And there we go. And John will get out of it. How does that work? That's a boat. So, if I may ask you, what got you interested in the pursuit of aviation? Ah, I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet? Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. Okay, the line down there also changes. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Yes, then. We shouldn't fly too close to it, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? You'll see right now. Mr. Morgan, please, this is most irregular. You want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The gods are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. I'm just looking for a friend of mine. What? Poor bastard has the habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got them working in the fields and a chain gang. Dear God. How do we fall down? How do we fall down? How do we fall down? Oh, I can't do it anymore. How do we fall down? The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. Should we, uh, think about heading back? Nope, not there. That's not him. Best try another spot. Please hurry. Da. I could be him. Yeah. That's him. Macht euch mal loko. Ach, dieser Spacken ey. Ich kann sowieso nichts anderes machen als aufzusteigen. Ich kann uns zurück zur Lande nehmen. Herr Gott, ich schaufe wie ein Leeser. Toll du. Wir sind jetzt in der Flüge, Herr Bullard. Geh auf. Herr Gott, mein Herz schlägt. Ich muss sagen, die Späßigkeiten dieser Arbeit haben mich überhaupt nicht ausgesprochen. Na klar, jetzt ist es fertig. Wo ich gerade sagen, ist sie gut. Entschuldigung. Guck mal, das ist ein Leuchtturm. Was? Was? Ach du Scheiße. Oha, jetzt geht's los. Gute, dass ich Wochen dabei habe. Toll, Kontrollhaus leer. Hm. Ja, sie macht's. Warte, bis ich sage, Mama. Also. Noch jemand? Easy. Auf ihn schießt sie. Schnauze. Scheiß Penner. Mit Zeit, dass wir die Bande mal auslöschen. Komplett. Noch mehr? Klatsch mal nach. Kann auch einfach die Pferde erschießen, ne? Aber dann gibt's, glaub ich, schlechtes Karma. Wer war das? Oh, fuck. Das war's. Tschüss. Na toll. Jaaa. Ich süß. Ja, ich bin zu hoch, ich weiß. Alles gut. Alter, die sind doch bescheuert. Hallo. Ja. Ich muss so viele Sachen gleichzeitig machen. Ich bin überfordert. Ich bin auch ein Mann. Ja. Komm rein, Mädchen. Puh. Das wird eine Buchlandung. Festhalten. Ja, immerhin im Wasser. Ich denke mal, das war's noch nicht. Es gibt noch mehr auf der anderen Seite. Sie müssen uns folgen. Geht hinter mir. Das ist noch nicht vorbei. Ich kriege hier einen Kopfschuss, Alter. 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 Ich kriege hier einen Kopfschuss. Ich kriege hier einen Kopfschuss. Es sieht aus, wir haben es geschafft. Das wird ihnen zeigen. Ich kriege hier einen Kopfschuss. 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 Sollte du auch hören. So, Regano, hau ich mir mal den Hals. So, nun mal gucken, Leichenplundung. Gibt's hier ein paar mehr. Was jetzt, wir haben dafür auch eine Zeit. Der war anscheinend verheiratet. Jetzt ist seine Frau Witwe. Schade für ihn. Oder für seine Frau. Oh, der auch. Vielleicht waren die beide auch miteinander verheiratet. Das ist alles möglich. Hier ist auch noch einer. Da sieht jetzt auch noch einer rum. Ich nehme alles mit. Können wir eh alles gebrauchen. Ich würde es halt immer noch gut finden, wenn die ausgeblendet werden würden auf der Minimap. Wenn man die schon ausgeräubert hat. Ginseng. Also auch den hatten wir schon. Ich weiß, die Xs, die Fäden so ein bisschen aus und werden so ein bisschen kleiner, wenn die geplündert haben, aber sie sind halt immer noch zu sehen. Das ist ein Problem. Und was haben wir hier? Zwillinge oder was? Alles mitnehmen. Können wir noch mal kräftig ins Lager spenden. Todkranke brauchen eh kein Geld. Jetzt wird es gleich dunkel. Das ist auch ganz toll. Dann ihn noch. Dann ihn noch. Und dann müssten wir irgendwo irgendwelche Wasser verloren. Und auf der anderen Seite dieses Flüsses. So, da vorne so einer. Ich sehe nix. Na ja, die drüben sind alle schon weg. So, dann lass mal gucken. Warte haben wir denn jetzt? Die haben wir alle weg gemacht. Haben wir neue Dinge. Ah ja, guck mal hier. Miss Charlotte. Charlotte. Dann sollen wir irgendwie hier rüber und den holen. Aber Sadie ist... Sadie ist gar nicht angezeigt. Wo sollten wir uns treffen? Habe ich jetzt vergessen. Ich glaube hier ne? Copperhead Landing. Wenn denn dann. Aber ich würde sagen, wir reiten erstmal wieder nach oben. Zum Mrs. Balfour. Ich denke mal Sadie wird da. Wobei, wenn wir ihn von den Feldern holen. Wollen. Dann müssen wir ihn ja. Tagsüber da rausholen. Irgendwie. Mit dem Boot. Vorziehenderweise. Und O'Driscoll soll in St. Denise gehangen werden. Und wer ist er denn? Ein Angler. Ich lasse ich mal angeln. So, wir reiten mal hoch. Äh, wir haben nur gar keine Mütze mehr auf. So, jetzt schon. Ach, hier ist ein vor. Da waren wir auch schon mal drinnen. Ach ja. Wenn die Wege nicht immer so weit wären, ne? Moment. Hier ist irgendwas. Oh. Eine fremde Person. Oder unten. Oder auf den Gleisen. Gucken mal. Hauptsache jetzt kommt kein Zug. Ich beeil mich mal, ne? Was ist mit ihm denn? Wasi Birthday ja. Oh. Wie verstehe? Batsche Creek? Okay, da würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich klicke ihm auf mein Pferd und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs verweisern bei Red Dead Redemption 2 und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.